Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise, aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertrinkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. So, ein Partner. Macht Fianna mit? Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Achom, der Monster und Anomalien gleichere Masse bekämpft. Auf Achom. Auf dich, Jungs. Ich weiß nicht, das Zeug sieht nicht besser aus. Ohne dich, Achom, wären wir wie Kohl's erfetzt worden. Ja, als Partner. Mitstreiter. Aber irgendwie sehe ich hier keine Frau. Auf dich, Achom. Achom, auf dich. Dann würde es ja Zeit, aha. Wenn ihr gesürft, würde sogar ein Hufeisen aufrecht stehen. Oh, Nikis Freundin. Auf unser Glück und auf Atyom. Auf dich, Atyom. Ohne Tropfen. Ist doch hier... Achso, die Krankheit ist hier runtergegangen. Oh, 75 Hat hier noch irgendwas hier drauf? Ja So Eintrag 1 Was war das? Seltsame Schatten und Stimmen, Geflüster, Gewimmer Völlig geräuschlos Trotzdem halte das Echo in meinem Kopf nach Viele Tunnels der Metro werden mit schrecklichen Legenden in Verbindung gebracht Aber von so etwas habe ich noch nicht gehört Und ich hoffe, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt Wir hatten unglaubliches Glück, dass wir lebendig entkommen konnten durch Streckensperre geschafft haben Das ist reif Ich habe meine Rechte Lasst mich aus der Station raus Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Wie fühlen Sie, Atyom? Ja An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie Für eine Patrone führe ich Sie dahin Oh Kommt hier noch ganz was da die Wenn dann schon jemand auf mich wartet Meine Frau befürchtet, es wäre eine Falle? Oh, der kleine Hosenscheißer Beim Elfmeter würde der bestimmt über das Tor fliegen Da kann ich mich nicht hinsetzen Ah, hier Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst Bist du bereit? Na gut, ich warte Aber trödle nicht herum Ich muss erst mal gucken Hat ja jetzt keine große Zeit, irgendwie umzugucken Hey Baby Gefällt dir, was du siehst? Ligis Freundin Sollen wir uns eine schöne Zeit machen? Nein Ich will keine schöne Zeit mit dir verbringen Noch ein bisschen wird der Der ja wohl noch warten kann Richtig Der kann noch warten Da guck mal Hier ist noch so schön viel Loot Das muss man mitnehmen und man brauche es Früher oder später Aber Niki Deine Freundin ist ganz schön billig Weißt du das? Entschuldigung Das kommt irgendwie verkehrt rüber Entschuldigung Ja, die kann man sich mit einem Penny kaufen Ich weiß Boah Mit sowas lebst du zusammen, Diggi? Nee, nicht viel oder so Warte Aber wenn er halt auf sowas Freizügiges steht Kann ich eigentlich hier an dir mal vorbei? Hallo? Kann ich da nicht mehr zurück? War das der andere Weg? Äh, ja so war das Diggi, verdienst du wenigstens auch was da dran? Diggi ist der moderne Zuhälter aus Metro So, eigentlich mache ich das nicht Aber das ist die einzige, die mich wollte Das mag ich zu bezweifeln, Diggi Gibt da bestimmt so ein paar Mädels Die stehen komplett auf dich Du hast es nur noch nicht gefunden Überall Metro 2033 Das ist so eine fette Schleichwerbung Ach, ich schieße da Mit der rechten Maus, das kann ich auch schießen? Ach, mit der rechten Maus, das schieße ich gleich beide Ja, das ist sehr gut zu wissen Ja, das ist sehr gut zu wissen Ich muss, geh mal rüber Anpassen, werd sie mal anpassen Dieser Federkolben, der von Schmitz Waffenhexern gebaut wurde Kompensiert den Rückstoß effektiv Und erhöht somit die Genauigkeit der Waffe Das ist schon dran Mit dem Lauf unterdrückt das Mündungsfeuer Schalldämpfer bei einer Schrotze Nee Ziehoption Ja, das würde ich doch schon gerne haben Ja schön Beim Lauf Schalldämpfer, nö Kolben Behebt das Hauptproblem des Bastards Seine Neigung zum Überhitzen Überschüssige Hitze Wird über deine dünne Wird über dünn Langflossen aus Metall Zum Lauf abgeleitet Dieser anatomische Kolben Gibt den Schützen mehr Kontrolle Über die Bastards Was vor allem bei der Vollautomatisch hilfreich ist Ist das nicht Kolben an den Bastard anbringen? Ja, bitte So Hör mal die Waffe nämlich auch noch verbessert Nein, ich will die nicht eintauschen Anpassend Hör mal hier noch Uh, Kolben und Griff Ah, das machen wir auch noch Äh, Zieleoptik Äh, dafür habe ich nicht mehr genug Kohle Was? Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo Kohle finden Ja Ach, das ist gut Sekundär Aha Medizin Habe ich hier Brauche ich nicht Naja Patronentausch Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro Äh, das sagen sie bestimmt alle Gucken wir mal, ob ich hier noch irgendwo Zwei, drei paar Trönchen finde Hey, ich habe noch ein Heft gefunden Eintrag zwei Rishkaja Zu Hause an der Messe hielten wir die Bewohner dieser Station immer irgendwie für Pechvögel Ständig hatten sie Probleme, seien es ihre Schweine, die sich irgendein Getier eingefangen hatten Oder Lex in den Tunnel Oder eine zu heftige Feier ihrer Händler wegen eines guten Deals am Markt, wodurch alles Geld versoffen wurde Die Leute von Riga sind nett und gastfreundlich, aber auch tollpatschig Wir hatten immer Mitleid mit ihnen und haben uns auch ein paar Späße mit ihnen erlaubt, denn wir waren etwas bessere Wir von der Messe, wir kannten das Leben und jetzt beneide ich sie Sie leben in Frieden, haben nicht einmal von den Schwarzen gehört und selbst jene, die Doch davon gehört haben, glauben es nicht Sollte ich jedoch scheitern, werden die Schwarzen diese Station in Windeseile auslöschen Und diese fröhlichen, tollpatschigen Leute mit ihrem friedlichen, tollpatschigen Leben werden tot sein Boah, das ist zu viel tollpatschig Es wird Blut und Leere geben, ich muss mich beeilen Ich will auch noch mitmachen Habt ihr ein paar Patronen für mich? Hast du einen Patrone für mich? Boah, ich kann ja meinen Körper verkaufen wie Digis Freundin Boah, Schatz Böse So was zu sagen, also Ob ich so was machen würde Du müsstest vorher schon alle töten, bevor ich da irgendwie was dran verdiene Ach, dann kann man alles nehmen Aha, aha, so läuft hier der Hase, ja Ich kann hier mein Licht nicht anschalten Das ist das, was bei Exodus wieder der Vorteil ist Du kannst immer das Licht anschalten, egal wo Aber irgendwie Bin ich hier keine Patrone Sehr schade Furchterle, furchterlich Scheißhörers Niki, du hast vergessen sauber zu machen Das war hier die Ecke Da ist Nikis Freundin Niki, willst du ihr noch irgendwas sagen? Weil, 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 weil ich werde ja jetzt gleich weg gehen, ne? Wieso? Jetzt kannst du wenigstens nochmal so auf sie schauen Hier noch was ausrichten F10 Schätzlein bis bald Bist du bereit? Oh, 18 Patronen, ich muss nochmal zurücklaufen Ich kann mir noch die Erweiterung holen Schätzlein bis bald L Jenni Anpassen immer noch die Zieloptik haben 25 Beispiel die 18 Ne, warte mal, wenn ich die Zieloptik nicht holen kann Munition, Munition Representative Dichtig, mega klein wieder Niggi. Fünf kosten die. Die kosten sechs, die kosten zehn. Legt mich am Arsch. Ich gebe dir gleich guten deal, indem ich dir den Kopf rausreiße und dir den Arsch schäbe. Irgendwie, meine Schattenwölfe blöse auf mich. Jetzt gehen wir los und dabei, okay, gut. Könntest du, wenn ich dich schon begleite, bitte die Fresse halten? Ich habe so nervösen Finger, weißt du? Und meine Schüsse gehen meistens immer in die Eier. Ja klar, eher stark genug, aber Artyom, kriegt das Ding nicht weg? WTF? Ja, sie hatten keinen Auslauf heute. Hoi jo! Ich habe mich mit Burton den verlassenen Tunnel betrat. Frag ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen. Und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Ba ba ba! Klasse, wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben. Aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch. Hier kann ich diese Pilze nie nehmen. Ja das ist so toll, dieser NPC geht einfach nach vorne. Oh oh, na das erklärt hier die Laune von dem armen Wölfen. Ja, ich weiß. Habe ich gesagt, dass du sie ab und zu mal rauslässt. Ich habe es heute vergessen. Das kann mir auch mal passieren. Niki lasse ich auch nicht jeden Tag raus. Du bist nur ein einzelner Schleicher. Die greifen nur selten Personengruppen an. Aber wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Die Tourkutsche kam prompt, ja definitiv. Bäh, geklafte Viecher. Munition. Guck mal, gab es bei dem hier auch noch Munition? Irgendwo nur was rumflattern in ihm. Blö. Ich habe so ein dumpfes Gefühl, er würde nicht da ankommen, wo er hin will. Seltsame Geräusche. Entweder macht der Boden dieses Geräusche oder der Wind. Ich habe auch Geschichten von singenden Rohren gehört. Wenn du länger zuhörst, dann schüttelst du nicht mit ihm. So ein Quatsch. Ja, die lasse ich halt selten raus. Aber guck mal, den lasse ich so nie raus. Wie sieht, der hat die Tür aufgemacht habe, dass er raus darf? Und wenn man sich so nicht zuhörst? Ja, die das haben wir nicht zuhörst. Ich habe so nicht zuhörst. Ich habe so nicht zuhörst.. Ich habe so nicht zuhörst. Aber ich habe so nicht zuhörst. Wer diese Pilze hier nicht mitnehmen kann, man ist so dran gewöhnt an Exodus. Bleib tot. Uh, haben wir aber was bekommen. Oh baby, I got you babe. Das ist ja cool, ich wusste gar nicht, dass es die hier gibt. Ich kann die Waffe nicht mitnehmen, ich habe die noch nicht fertig gemacht. Ich habe zu wenig Munition dafür. Das ist ja nix. So, war hier eigentlich alles eingelootet, halalalalala. Um, was Economy from jetzt. Vielen Dank, Frau. Vielen Dank.